Hey Leute, TP Gaming hat mich gefragt, wie man mehr Abonnenten bekommt. Und heute gibt es das Video dazu. Ich werde euch aber nicht nur zeigen, wie ihr mehr Abonnenten bekommt, sondern was ihr unbedingt vermeiden müsst. Schritt 1, um mehr Abonnenten zu bekommen. Macht spannende und unterhaltsame Videos mit der passenden Überschrift. Weil wenn ihr nicht die unpassende Überschrift dazu nehmt, kann das sein, dass es Clickbait ist. Muss nicht sein, aber kann sein. Weil in den meisten Fällen ist es kein Clickbait. Schritt 2, benutzt Thumbnails. Macht unterhaltsame, Comedy oder spannende Videos. Jetzt kommen Schritte, was euren Kanal kaputt macht. Schritt 1, vermeidet Abo gegen Abo, Videos, Kommentare oder sonstiges, was mit Abo gegen Abo zu tun hat. Weil Abo gegen Abo zerstört euren Kanal komplett. Also niemand schaut dann euren Kanal mehr an. Also halt ihr bekommt nicht mehr Reichweite und mehr Abos bekommt ihr dazu auch nicht. Also damit zerstört ihr euren Kanal. Schritt 2, macht keine Eigenwerbung. Das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und ja bis zum nächsten Mal. Tschüss.